Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche, mal den Sack jetzt zuzumachen als Letzter. Das Sagen vielleicht, was noch nicht gesagt ist, weiß ich gar nicht. Die Diskussion ist spannend. Sie ist spannend, weil es um ein Thema geht, das uns allen sehr am Herzen liegt, das Wohl des deutschen Volkes. Für das Wohl des deutschen Volkes sind wir als Christdemokraten und ich denke auch die übergroße Mehrzahl aller Abgeordneten hier im Hause davon überzeugt, dass das mit Demokratie ganz eng verbunden ist. Als wir zu Beginn der 18. Legislaturperiode, ich bin ein bisschen Zeitzeuge, Herr Müller, uns über die Abschaffung der Demokratieklausel mit der SPD verständigt haben, da haben wir es getan, und das war eine Abstimmung zwischen der CDU, CSU und zwischen der SPD. Da haben wir gesagt, was hilft uns diese Klausel? Wenn allen Nebenbestimmungen dieses Erfordernis der demokratischen Grundhaltung und die missbräuchliche Nutzung von Fördergeldern tatsächlich schon geregelt ist, warum müssen wir dann ein Misstrauensvotum gegenüber all denjenigen, die sich hier in einer langjährigen, erfahrenen und nicht zu unterschätzenden Arbeit um junge Menschen kümmern, vorwiegend um junge Menschen kümmern, warum müssen wir ihnen dieses Misstrauen entgegenbringen? Viele haben in Kurzschlussreaktionen dann gesagt, dann verzichten wir eben auf das Geld. Ich kann das nachvollziehen, das ist schade, denn im Grunde genommen haben sie ja mit der Unterschrift unter dem Förderbescheid das alles schon zugesagt. Ich frage mich auch, warum wir denn eine solche Extraklausel als Garantie, und so verstehe ich ja die AfD, Garantie für die Einhaltung demokratischer Verhaltensweisen fordern sollen. Wissen Sie, wenn Sie alle zu einem Notar schleppen würden und da auch noch die Unterschrift davor notariell beglaubigt würden, dann werden Sie nicht verhindern können, dass es missbräuchliche Nutzung gibt und dass Wölfe im Schafspelz sich auch einschleichen, um öffentliche Fördergeräte zu bekommen. Nein, das ist keine Garantie, und wir machen vernünftige Lösungen, und wir werden sehen, und das haben wir auch getan, wir haben die Förderung in der letzten Legislaturperiode mit dem schon besagten langen Schreiben begleitet, wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet, und wir werden weiter darauf achten, und da stehe ich hier als Zeuge, als Berichterstatter für diese Programme, dass wir jeden Missbrauch, der irgendwo medial oder durch andere Informationen gekommen ist, dass wir dem nachgegangen sind, ich persönlich. Und in der Fülle der geförderten Projekte sind das ausnehmend wenige. Ja, es gab sie, und wir haben allen Grund, wachsam zu sein, und zwar nach allen Seiten, nach rechts und nach links. Und da hoffe ich, dass auch Ihre Jugendorganisationen und Ihre Politiker tatsächlich keinen Anlass geben, missbräuchliche Fördergelder dann hier verantworten zu müssen. Das wünsche ich mir. Und jetzt komme ich nochmal zu der pädagogischen Situation. Wissen Sie, was brauchen denn junge Menschen? Junge Menschen sind in einer Lebensphase, in der sie sich noch für Werte in besonderer Weise engagieren. Sie haben noch nicht die Lebenserfahrung, aber sie stehen für eine veränderte Welt, weil sie wahrnehmen, dass die Welt, in der wir leben, nicht vollkommen ist. Dann ist es manchmal zufällig, ob Sie weiter von rechten Gedanken oder von linken Gedanken, ich wehre mich immer mehr dagegen, diese Kategorie zu wählen. Ich denke, zunehmend wird es so, dass wir unterscheiden müssen zwischen denen, die in der Vergangenheit sitzen bleiben wollen, und zwischen denen, die Zukunft gestalten wollen. Dann brauchen diese jungen Menschen eine Ermunterung. Dann brauchen sie Hilfen, dass sie nicht durchbrennen. Dass sie eine Perspektive entwickeln und sagen, ja, es lohnt sich, in dieser Gesellschaft zu engagieren. Wir brauchen einen langen Atem, wir brauchen einen langen Mut, wir brauchen auch ein bisschen Geschichtsklärung und nicht Geschichtskittung, damit wir verstehen können, dass wir in einer Generation Abfolge sind, die damit beschäftigt ist, unsere Gesellschaft besser zu machen. Ja, und da werdet ihr gebraucht. Und durchbrennen, durchbrennen hat bisher keinem geholfen. Denken Sie an die Unmengen von Blut, die verflossen sind, wenn man mit Gewalt versucht hat, Zustände zu verändern. Also, wir brauchen diese Programme, wir brauchen Fachleute, Männer, Frauen, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Eltern, wir brauchen auch Politiker, Politiker, die mit Beispiel vorangehen und sagen, wir glauben an das Morgen, wir glauben daran, dass wir die schweren Aufgaben, wie Sie ja auch immer definieren, die ich gar nicht abstreiten will, dass wir diese Aufgaben bewältigen können, und zwar gemeinsam. Und nicht durch Diffamierung von bestimmten Gruppen, die anders denken, sondern in einer unermüdlichen, immer neuerlichen Mühe, die Zeichen der Zeit zu verstehen und sich der Zukunft nicht zu versagen, sondern mit in diese Zukunft zu gehen. Und wenn Sie dann solche Äußerungen von Politikern hören, wie wir es hier heute vielfach zitiert bekommen, und ich habe gedacht, warum wehren Sie sich denn eigentlich so, Ihre eigenen Zitate wiederzuhören? Warum wehren Sie sich dagegen? Ist das ein Zuwachs an Erkenntnis? Oder schämen Sie sich dafür? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir auch welche aufgeschrieben. Linksextreme Lumpen sollen und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt eines Studienplatzes lieber in praktischer Arbeit zugeführt werden. Wir müssen ganz friedlich und überliegt vorgehen, uns anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren, und wenn wir dann endlich soweit sind, stellen wir sie alle an die Wand. Oder die widerlichen grünen Bolschewisten soll man eine Grube ausheben, die, die sich um die Zukunft in besonderer Weise kümmern. Wir sollen Tierversuche stoppen, Flüchtlinge dafür nehmen. Wir sollten endlich über die Endlösung für die Muslime in Deutschland nachdenken. Meine lieben Damen und Herren, solange Sie solche Äußerungen machen, sind Sie ein demokratiegefährdendes Element in unserer Gesellschaft. Und ich will Sie ja dazu ermuntern, dass Sie mal darüber nachdenken und dass Sie jungen Menschen nicht in extreme Positionen treiben, sondern die Sie abholen, wo Sie in Ihrer Lebensphase stehen und Ihnen helfen, Zukunft zu gestalten und nicht die Ikonen der Vergangenheit zu putzen. Herr Kollege, Sie haben Ihre Redezeit erheblich überschritten. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte sehr. Kollege Baumann? Wir müssen und wollen sprechen. Wir hatten hier 12,6 Prozent. Die Kollegen, die dort hinten immer stehen, bitten, Plätze einzunehmen. Es gibt genügend freie Plätze im Bundestag. Dies ist kein Stehparlament, sondern hier steht nur der Redner. Und der hat gleich das Wort nach der Zwischenfrage. Wir hatten bei den letzten Wahlen 12,6 Prozent der deutschen Wählerschaft. Da stehen Millionen Wähler hinter uns. Und Sie sagen, wir wären ein demokratiefeindliches Element in diesem Land. Wissen Sie denn, wie weit das überhaupt geht, was Sie hier tun? Das ist doch demokratiefeindlich, was Sie gerade tun, indem Sie große Teile der Wählerschaft... Und welche Zitate bitte? Belegen Sie die Zitate, die Sie behaupten. Belegen Sie die bitte. Die Belege für diese Zitate habe ich alle aufgeschrieben. Da reicht meine Redezeit nicht. Können Sie sich gerne abholen. Wenn ich mich demokratiefeindlich hier verhalten habe, tut mir das leid. Dann bedauere ich es außerordentlich. Dann bedauere ich es außerordentlich. Dann habe ich das unwissentlich getan. Aber dass die Äußerungen, die aus Ihren Reihen kommen, und die Mitglieder Ihrer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, aber in Ihrer Partei sind, das sind eindeutige Indikatoren dafür, dass die Demokratie bei Ihnen gefährdet ist. Vielen Dank.